Ja, das sah auch die ganze Zeit aus wie ein Typ, ich weiß auch gar nicht, wieso das ist, ich weiß es echt nicht. So, dann wollen wir den Schism hier erstmal schön zu Ende spielen, Alter. Ich habe dich eben gesehen, man kann auch Kapitel auswählen und dann können wir da hinspringen, wo wir ja noch... Ja, das ist schon mal sehr gut. Wie viel fehlten uns jetzt? Zwei oder drei? Ja, guck. Einmal dieser Homerun, dann einmal dieses mit dieser Tür am Portemonnaie. So, da sind wir wieder, jawohl, hier ist der Fallschirm. So, wie ging das nochmal? Ach ja, genau, wir sind ja zusammen abgestürzt. Aff, das stürzt aff. So, was müssen wir jetzt machen? Ach so, der nächste Erfolg? Momentchen, Puppentchen, ach, fizzle, die Bizzle, jetzt habe ich es gerade weggemacht. Moment, ich muss hier kurz in dem Chat von meinem Wifi, muss ich kurz einmal hochscrollen, ne? Wo ist denn Scheiß? Da ist es doch. Immer gut, wenn man einen Chat offen hat. Na, bist du am Kacken da vorne am Stein? So, mit seinem Wifi, dieser Chat ist quasi wie eine Speicher-Cloud. So, Mayday. Ach ja, du bist beinahe geflogen, freier Fall. Du verlässt das Gebäude, in dem das Flugzeug steht, oder die rote Tür. Ihr solltet einen Helikopter sehen. Ah, das war Nummer drei. So, an Erfolgen können wir jetzt hier quasi nichts mehr machen, außer wir haben uns eben, beziehungsweise neulich vertan. Und wir können hier doch nochmal irgendwann mit einem Helikopter irgendwo hinfliegen, wenn wir durch eine rote Tür gehen, aber das glaube ich nicht. So, komm hoch. Freund Sahne. Ja, der, der Nasige. Der Bärtige und der Nasige. Oh, jetzt hat er schon die Knappe rausgeholt eben. Oh. Ich seh schon drei. Ja. Let's flank them. Ah, okay. Erstmal hier ein bisschen covern, ein bisschen covern. Okay, okay. Aber wir, wir werden doch Krach machen. Oh, da ist der dritte. Ich weiß nicht. Oh, oh. Wo war? Was? Ach so, so ein volles Ding in den Hals, die sehen uns. Ja, ja. Okay, okay. Jetzt können wir weiter. Ja, der geht da unten hin, so. Also ich hab, ich hab, ich ziele auf den Typ. Nein, bist du sicher? Wir können auch von hinten ran, oder nicht? Ach, meinst du ihn? Ja, 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 ja. Ja, halt halt, halt, die sehen uns! Nein, die sehen uns nicht. Ja, aber wieso ist das in voll geworden? Er schweißt es nicht. So, von hinten ran und dann... Ja, ja. Ja, ich gehe auf die linke Seite. Oh, ob das jetzt, ob das jetzt? Der dritte kommt gerade, der dritte kommt gerade wieder. Okay, 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 versteckt dich. Versteck uns. so der dritte wird mich hier von vorne nicht sehen ich würde sagen 2 glaube ich ja ja und und jetzt so ja los oder ist eine warte mal ja auch hier mal so ein bisschen hin weg und ich gehe in deckung da kommen wir da kommen wir drei stück ich glaube ich habe ihm in kopf geschossen warum treffe ich denn ich ja dann sieht man voll schlecht hatte ich eben auch mal naja gut das ist ja also mein skill ist wie immer dementsprechend also dieses komische faden kreuz wird zu einem kleinen punkt nach so ok gut ja dann können wir ja wir müssen die leichen ja nicht wegräumen oder eigentlich nicht ich hätte eigentlich gerne den links-rechts-splitscreen komm mal hier helf mal gar nicht warum das jetzt nicht so ist hallo ich drücke er zwei ja 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 und das ist aber hier lauter auf meinem ohr haben wir gerade hier habe ich ein bisschen kleiner gemacht die ganze show hier den audio ausgabe auf meine ohr wovon wo kommt er denn ich sehe das alles nicht wenn das so aus schmal ist hier da oben aus der kleinen hütte naja ok warte mal ich rücke ein bisschen vor oh ich glaube ich glaube er hat mir ins gesicht geschossen ok 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 rein 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 ja miss war muss man sich erst wieder so fünf minuten dran gewöhnen ok 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 hier so durch durchglaubt er schießt durch die tür oder nach oben gehen wir mal erstmal nach oben man ja würde ich auch sagen oder einer unten einer oben oder das genau dass er abgelenkt ist ja mach dann mal auf nee ich glaube er hat er mir fast ein drittes nasen noch ich meine nicht dass ich kein was die leiter ist kaputt ok den sniper erledigen ich denke ihn ab ich sehe ich sehe schon ja 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 scharfschützen australien mit kasten ich glaube ich habe da eine kleinigkeit übersehen scheiße scheiße ist das eine scheiße mit der steuerung steuerung geht ja gar nicht ne absolut nicht ah ich muss doch jetzt klick so ich habe auch einen geschossen lol oder kommen noch mehr wir wissen nicht wo ich bin theoretisch und warum schießt er schon auf mich und warum habe ich keine granaten auch der war nett oh der kann mich ja treffen hier von da von da von hier hier steht direkt einer ja ja ich treffe ihn nicht weil es einfach so extrem smacke na juge ok ok also es scheint alles safe zu sein ja irgendwie ist alles sehr oder hier da kommen welche ich versuche nicht lol ich muss mal nachladen ja da ist ja welche flogen aber da kommen noch mehr Jo, das war der Erste. Oh, da oben ist auch einer. Da oben, da oben. Jo, jo, jo. Nein, den sehe ich hier wieder nicht. Hä, er will nicht. Da komme ich nicht ran. Okay. Jetzt kommt er gelaufen. Ja, ja. Da ist der Nächste. Der ist da irgendwie bei dieser Treppe. Ja, genau da. Oh, da ist noch einer. Da ganz hinne. Boah, scheiße. Was war das? Ja, das war ich. Eieieiei. Der Sniper war nicht schlecht hier, ne? Der Sniper war nicht schlecht. Der Sniper, Leiber. Oh, hier, da, 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 da. Ich halte mal voll hier drauf. Vielleicht auch nicht. Oh, da, oh. Alter, wo bist du? Oh, nee, 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 nee. Hier mache ich jetzt die Deckung. Oh, hier ist immer noch nicht so gut. Alter, ich muss noch ein bisschen hier ausweichen. Ich muss noch ein bisschen hier ausweichen. Hier können sie mich nicht erwischen. Ah, ich glaube, die kommen jetzt hier so ein bisschen um die Ecke gelaufen. Das sah für einen kurzen Moment jedenfalls so aus. Den einen kriegst du noch, ne? Oh, Mann, jedenfalls auf mich. Jawohl. Und einen haben wir noch. Ja, komm, den kriegst du ja jetzt. Komm raus, du du der Lecker. Was zur Hölle war das, Alter? Okay. Und jetzt? Ja? Meinst du? Ja. Hier so hoch, glaube ich. Guck mal, was ich da mache, so fein ist. Oh, hier liegen Leichen rum. Was ist hier denn? X, hier kann ich runter. Und tschüss. Okay, ich glaube, dann kann ich mal kommen, ne? Ja, ich glaube, ich bräuchte dich auch. Ja. Meine Fresse, Leute. Weggebumst. Ja. Come on, Vincent. Help me out over here. Achso, tippen muss ich. Ja, das ist mir kurzzeitig entgangen. Oh, hier ist ein schöner Wagen. Ja, dann müssen wir hier runter, ne? Schöne Treppe. Ich denke mal, hier komme ich wieder. Okay. Links geht's nicht weiter, dann müssen wir hier rechts runter. Zeig mal hier die View. Wow. Das ist schön. Das ist schön. Mexiko. Mexiko. Was hältst du von Mexiko? Mexiko ist doch alles schön. So, persönlich? Mal einen kleinen Ausschluss machen? Ja, war ein Kumpel. Äh, zu Weihnachten. Oh. Da gibt's so unterirdische, ja, da gibt's im Urwald oder im Wald gibt's da so Löcher. Das sind so kleine Seen und die sind alle unterirdisch miteinander verbunden. Und er war da quasi tauchen. Alter. Verrückt. Mhm. Ja. Wollen wir direkt drauf? Ja, aufs Buch. Oder wollen wir sneaky, sneaky machen? Oder, ja, oder jetzt sind wir so rechts rum? Rechts rum können wir auch, ja, ja. Lass uns mal ruhig rechts rum. Da kommt einer gelaufen. Da kommt einer gelaufen. Ich war das nicht. Oh, er sieht mich, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Ah, ja, komm hier da, links. Ja, ja, ja. Ich gehe hier kurz in die Hütte. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Warte, ich nehme den nächsten, nehme den nächsten. Ja, genau, genau. So muss das laufen. Ja, da vorne könnte uns einer sehen. Gucken, wir gucken, ja. Er guckt, er guckt wirklich. Er geht weg. Und, oh, der andere, der... Der rechte, der rechte guckt. Oh, 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 blink, 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 blink. Der rechte, der könnte nicht sehen. Der sieht mich auf jeden Fall. Ja, dann... Sagen wir mal. ...den Richtungswechsel. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, oh, ich glaube... Ich glaube, Schinganggai. Ja, komm, ich mach hier noch mal Schinganggai. Ah, nee, das war nicht so gut. Schinganggai. Alter. Ich treffe einfach mal gar nichts. Nee, nee, nee. Ich bin auch so ein richtiger Controller-Noob, ey. Oh, da oben kommen noch mehr. Ei. Ey, das ist einfach... Bei diesem Spiel ist die Steuerung so beschissen. Ja, wen nehmen wir denn jetzt erst mal raus hier? Ja, irgendwo da... Oh, ich glaube, da ist einer direkt vor dir. Boah, da bin ich schlecht. Ja, ich auch. Ich weiß gar nicht, wohin ich schieben soll. Ich treffe den Kollegen zweimal und dann ist wieder essig. Hier vorne ist einer direkt... Oh, du bist hier. Oh, da hat einer eine Pumpe. Ja, ja. Ja, Kopfschuss. Komm da raus, so, alter Lump. Ah, uh, da war er hier. Ja, auch Kopfschuss. Ja. Er kommt auf einmal ganz weit oben. Das ist total merkwürdig. Ja. Komm, der Rücken vor. So. Ja, genau. Lenktur den mal schön ab. Ja, der Wichter da. So. Mann, Mann, Mann. Oh, da hier, da kommt die nächste Salve. Oh, da hat er sich abgerollt. Den ersten habe ich. Ja, alles klar. Und einer ist noch da drin, ne? Ja, ich habe ihn. Geil. So. Ich gebe dir vorher. Schutze. Ja, 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 ja. The gate is open. The gate is open. Alter. Let's go to the gate. Warum, frage ich mich, warum haben solche Leute keine... Oh, shit, 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 shit. Ja, mega shit. Oh. Ich gehe mal lieber hier hin. Jetzt versuche ich mal den Kollegen da oben raus zu knocken. Der... Ah, ein Schuss, habe ich ihn? Ja, zwei, drei, ja, vier. Ah, fünf, sechs. Scheiße, hat er eine Western oder so? Jawohl, er ist down. Zielen alle schön auf dich, das ist gut. Ja, komm schon. Ja. Jawohl. Scheiße, hätte ich mal das Repetiergewehr genommen. Hm. Das war richtig gut. Oh, schicke Autos hier natürlich, ne? Ich guck mal gerade, ob ich mal hier ein bisschen... Ach so. Operation, Steuerung, Operation... Meinst du, ob du die Sensitivität einstellen kannst? Äh, das ist auch fast extremst niedrig. Okay, guck ich auch mal gerade. Optionen. Ähm, wo hast du denn das da? Zielfokus, Zielfokus, Empfindlichkeit. Passt die Empfindlichkeit der Kameraüberwegung im Zielen oder fokussieren. Ja, auf was hast du? 41 erstmal. Mach ich mal auf 50. Das war ja ziemlich gerade... Mega... Lane. Ja, so. Was ist hier los? Hier müssen wir schieben. Okay. Wo ist er denn? Oben, oben, das ist ja. Oben, okay, okay. Dann wollen wir mal eine Runde hier Autofahren fahren, ne? Und... Rums. Ja. Ich glaube jetzt nicht so ganz, dass das so geklappt hätte. Was hat er gesagt? Brute Force, Always a Winner. Witzig. Was ist hier? Waffe wechseln. Hallelujah. Ja, ich weiß jetzt nicht. Ja. Das Repetiergewehr. Vielleicht jetzt die Pumpgun? Ja. Aber gut, auf Entfernung Pumpgun ist... Ah, nee. Du, ich... Ich... Ich nehme das Repetiergewehr. Ich nehme die Pumpgun. Wie ja mehr so der Reinhüpfer. M4, M16 ist das, glaube ich. M4, M16. H4, M4. Ah, ich finde dieses Repetiergewehr, ich weiß noch nicht. Das ist auch... Ja, ich nehme so der Pumpguntyp. Jett, 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 jett. Ja, und wo gehen wir jetzt hin? Hör mal hier. Gehen wir jetzt hier... Was ist hier? Da ist ein, da ist ein jelber Punkt, hör mal da hinten. Der Obbe. Der wird mir ein gelber Punkt angezeigt. Siehst du das? Ja. Aha, mir nicht. Hm. Ja, ich fühle dich. Märch. Ja, haben wir das, äh... Ist hier irgendwo eine Tür? Nee. Ist hier... Kann man hier irgendwo drauf? Nee. Du, ich geh noch mal kurz zu. Schluck auf, hier. Ach, ja. Mit der Pumpe, natürlich. Natürlich. Ich bin schon da. Ja. Und, let's go. Hier kommen wir hinein. So. Aha, aha. Ich ziele. Wir müssen wieder den Zusammenarbeitenden machen. Und... Jetzt? Und 3, 2, 1... Penishechten. Oh. Ja, die. Ja, die AK, ne? Hm.